Hallo, ich habe gerade eine neue Vorlage erstellt und zwar geht es darum, mithilfe dieser Vorlage ganz easy den Überblick über Ihren Bewerbungsstatus zu behalten. Gerade wenn man sich im Bewerbungsprozess, im Umorientierungsprozess befindet, schreibt man im Regelfall mehrere Bewerbungen und es ist sehr wichtig, den Überblick zu behalten, welche Bewerbung hat welchen Status, mit wem habe ich gesprochen, wann sind vielleicht Vorstellungsgespräche, habe ich schon inzwischen Bescheid bekommen und so weiter. In dieser Vorlage können Sie einfach Ihre Einträge machen. Diese ist offen, kann genutzt werden. Am Ende gibt es hier so eine Dropdown-Liste, um den Status, zum Beispiel hier von offen auf erledigt zu stellen. Automatisch, da es sich um eine intelligente Tabelle handelt, vergrößert sich einfach durch Drücken der Return-Taste innerhalb dieser Vorlage die Zeile, sodass Sie weitere Bewerbungsinformationen einfügen können. Wenn Sie möchten, wenn Sie denken, oh, das ist super, das kann ich brauchen und Sie möchten die Vorlage haben, schreiben Sie mir einfach einen Kommentar hier unter diesen Beitrag und ich sende Ihnen die Vorlage ganz einfach zu. Schreiben Sie mir, ob das für Sie sinnvoll ist oder ob vielleicht auch noch Informationen fehlen, die in solch einer Tabelle für Sie gut untergebracht werden. Das passe ich sehr gerne an. Bis zum nächsten Video.